Ich bin Larissa Ritschel, ich bin MissOnline, bin 23 Jahre alt, wohne in Wien im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Sternzeichen bin ich Skorpion. Meine Hobbys sind Sport jeglicher Art, Fitness, Yoga, Pilates, Laufen, Reiten. In meiner Freizeit ist mir meine Familie sehr wichtig, aber auch meine Freunde. Ja, und ich möchte, dass ich das Austritt 2014 werde. Du bist ein paar Zentimeter kleiner als die anderen. Ja, das stimmt, aber trotzdem möchte ich zeigen, dass ich als kleine Frau viel erreichen kann. Was kannst du, was die anderen nicht können? Ich glaube, man kann das nicht so genau sagen, das kann die besser und das kann die besser und das kann ich besser als die anderen. Ich glaube, es sind alle ganz tolle Mädchen und werden das alle super machen. Warum will man Miss Austria werden? Also ich bin so ein Mensch, ich bin immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen, habe immer neue Lebensziele. Dieses Jahr soll die Miss Austria-Wahl sein und ich freue mich einfach drauf, in diesem Jahr viele Leute kennen zu lernen und es macht einfach Spaß. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.